Hi, hier ist Whisky Gomez und heute geht es ausnahmsweise mal nicht um Whisky. Es geht um diese Maske, eine FFP2 Maske. Diese ist seit circa zwei Wochen in Bayern verpflichtend eingeführt worden. Hier ist eine FFP2 Maskenpflicht in den öffentlichen Transportmitteln und in Läden. Wo ich mich gerade befinde in Hessen, sind diese Regelungen ab Freitag gültig. Nun haben viele Hygiene-Experten und auch Ärzte gesagt, dass so eine FFP2 Maske nur was bringt, wenn sie fachgerecht verwendet wird. Diese Maske kommt eigentlich aus dem Arbeitsschutz und soll gegen Feinstaub schützen. Das heißt, fachgerecht heißt, sie muss, man sieht hier, sie hat so eine kleine Schiene drin, die muss richtig über die Nase aufgesetzt werden und die Maske muss überall an der Haut anliegen. Wie ihr schon seht, ist das mit einem Bart sehr schwierig und es hat als netten Nebeneffekten auch hier die Schimpansenohren. Das Ganze ist wirklich ein Hochgenuss, wenn man ein Bartträger ist. Daher möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie man sich als Bartträger für so eine FFP2 Maske fit macht. So, als allererstes würde ich die Backen leicht anfeuchten. Also, sobald die angefeuchtet sind, vielleicht ein bisschen Seife oder Creme drauf. Dann empfehle ich mit so einem Messer folgendermaßen, schaut zu, fuck no! Ich werde mir doch nicht den Bart rasieren, weil ich jetzt eine blöde FFP2 Maske tragen soll. Also, ich war die ganze Zeit über mit Corona sehr kompromissbereit. Ich habe immer eine Maske getragen, immer Abstand gehalten, mir die Hände desinfiziert. Ich war sehr vorsichtig, sehr verantwortungsvoll und wenn jetzt einer ankommt, der sagt, ich muss mir meinen Bart rasieren, ein Stück meines Gesichts abschneiden. Gut, wenn ihr mich zwingen wollt, versucht es. Wird es, glaube ich, nicht passieren. Ich bin aber immer ein kompromissbereiter Mensch und habe mich gefragt, wie können wir Bartträger unsere FFP2 Masken etwas sicherer machen und vielleicht gar keine Angriffsfläche für unsere Bärte bieten. Also, in der Schweiz wurde das wohl schon zwei Leuten verboten. Die Bodyguards waren von irgendjemandem, die mussten ihre Bärte abrasieren und damit es zu so einer Scheiße hier gar nicht erst kommt. Folgendes. Man sieht, wenn man hier die Maske aufzieht, erstens, dass der Bart sie nach vorne drückt. Das heißt, hier unten ist alles frei. Der Bart ist frei und dieser ganze Bereich hier lässt Luft durch. Das Ganze ist nicht optimal. Schauen wir mal. Ich versuche mal mit einem Vape zu zeigen, wie sich das auswirkt. Auf die Effektivität. Ja, ihr seht, wo es rauskommt. Es kommt hier unten einiges raus. Als Alternative gilt bundesweit auch die Möglichkeit, sich eine klinische Maske, das wäre dann so ein Ding. Die hier habe ich jetzt massenweise aus der Türkei bekommen. Es gibt die aber auch in blau. Das sind, glaube ich, die, die hier in Deutschland dann vorgeschrieben sind. Ich habe hier auch keine Norm aufgesehen, die zertifiziert, was da für eine Qualität drauf ist. Diese Norm findet man auf den FFP2-Masken hier unten und auch die Normrevision, das CE-Zeichen etc. Keine Ahnung, was das für eine Maske ist, aber das Ergebnis wird ähnlich sein. Aua. Ui, da kommt sogar oben überall raus. Ja, gut. Das hat jetzt besser funktioniert, als ich dachte mit dem Bart. Aber hier links und rechts sind halt noch, wie man vielleicht sehen kann, sind enorme, wirklich Lücken, große Löcher, die einfach durch die Passform der Mafke entstehen. Und wir haben natürlich das gute alte Bandana. Das war jetzt, was ich die ganze Zeit verwendet habe. Schauen wir mal, wie es sich mit dem Bandana verhält als Bartträger. Ach du Scheiße, es kommt alles oben raus. Aber wie man sehen kann, es kommt wenig unten und es geht eher nach hinten. Also gut, das Bandana entdeckt zumindest den ganzen Bart. Man könnte es theoretisch auch noch hier reinstecken. Mal sehen, was dann passiert. Ich mache es mal so. Naja, also noch nicht optimal. Ich habe mir gedacht, damit wir als Bartträger eine optimale Lösung finden, sollten wir vielleicht die Vorteile und zwar diese sitzende Passform von der FFP2-Maske mit dem Bandana kombinieren. Und wie das geht, zeige ich euch im nächsten Schritt. Und folgendes braucht ihr, um eure FFP2-Bart-Maske herzustellen. Einmal braucht ihr natürlich eine FFP2-Maske. Ich habe jetzt hier eine gewählt von der deutschen Traditionsmarke Xiaomi. Hier sind ein paar Sachen zu beachten. Ihr könnt, es gibt im Internet diverse Seiten. Da könnt ihr schauen, was die CE-Codes bedeuten. Auch diese EN 149, das ist eine europäische Norm, zu bedeuten hat. Die Revision 2001 und die Revisionsnummer 2009. Die sind eigentlich relativ irrelevant für euch. Die Dinger sollten funktionieren und es wird ja auch keiner überprüfen, welche Normsrevision ihr im Gesicht tragt. Völlig egal. Also eine FFP2-Maske. Schaut, dass es nicht unbedingt ein Fake ist. Und ansonsten braucht ihr... Ah, ich habe mich verhakt. Ansonsten braucht ihr Klett-Sticker. Die habe ich mir bei Amazon bestellt. Sind 400, 500 Stück. Sehr günstig. Und die sind beidseitig mit Klett versehen, sodass ihr damit Sachen befestigen könnt. Auch die, wie ihr sehen könnt, von einer deutschen Traditionsmarke. Und die Firma, die die herstellt, heißt Das ist, damit ihr die relativ einfach per Post anschreiben könnt, dann, falls ihr Beschwerden mit dem Produkt habt. Immer schön zu Shenzhen, Chiang, Song, Chen, Dian, Sang, Chiang, Xiong, Xiong, Wang, Wang, Zhi schicken. Okay. Das war fast alles. Natürlich braucht ihr auch noch das Bandana. Das Bandana wird nämlich an der Maske befestigt werden. Mehr braucht ihr nicht. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt braucht ihr die Maske nur noch aufsetzen. Erst hier mit den Schimpansenohren. Und dann könnt ihr natürlich, wenn das ein bisschen eure Ohren nach vorne drückt, mit dem Bandana nachkorrigieren. Das hat den großen Vorteil, dass es eure Ohren ein bisschen entspannt. Ihr justiert die Maske oben, so wie es für den FFP2-Standard gewollt ist. Alles ist dicht hier oben. Gut, und wenn jemand blöd fragt, könnt ihr sehen, dass hier oben die Maske noch rausschaut. Das heißt, die Leute können schon mal anhand der Maske sehen, dass ihr die richtige Maske tragt. Wenn jemand ganz blöd nachfragt, könnt ihr auch untenrum nochmal zeigen, dass ihr die Maske tragt. Und so habt ihr meiner Meinung nach den maximalen Schutz, weil ihr einmal die Maske habt und einmal den Bartbereich zumindest hier zu den Seiten her abgedeckt habt. Das heißt, wenn ihr jemanden anniest, geht die Tröpfchen jetzt nicht direkt in die Richtung vom Gesicht von der anderen Person. Das hier wird jetzt schwierig, aber wir können ja mal versuchen, den Vape-Test zu machen. Da hat man wieder gesehen, dass sie fachgerecht getragen werden muss. Da war die Maske wohl oben nicht dicht genug. Ich probiere es nochmal. Unglaublich dafür, dass ich wirklich sehr viel Dampf inhaliert habe, ist sehr wenig wieder rausgekommen. Das hat mich jetzt am meisten gewundert, weil irgendwo muss er ja raus. Ihr habt gesehen, was davor rausgekommen ist. So jetzt nochmal ganz wichtig. Das ist kein Appell dazu, sich gegen die Maßnahmen aufzulehnen oder sonst was. Ich versuche einfach nur, einen besseren Weg zu finden für diejenigen von uns, die einen Bart haben. Man hört auch, ich klingt ein bisschen wie Kenny von South Park. Das Ganze hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Bitte bleibt gesund, seid verantwortungsvoll und vor allem rücksichtsvoll mit anderen Menschen. Mein Bart kommt aber trotzdem nicht weg. Also wir werden da einen Weg finden müssen, aber mein Bart kommt nicht weg. Und ich glaube, das sehen viele genauso. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich wieder über was Schöneres wie Whisky. Bis dahin, Peace und passt auf euch auf.